Da bist du! Ich weiß nicht was zu tun! Und ich rieche wie ich! Wo ist der kleine Runt? Danke, Jimmy! Komm, wir müssen nach der Schule gehen! All hell ist los! Hey, Jim! Das ist dein Terp! Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, es ist dein Freund, Gary. Er ist derjenige der Probleme. Der Kind ist ein totaler Psycho, und jetzt hat er die Lehrer und Prefekt auf seinem Seite. So? So, wir gehen in da, versuchen zu stoppen, und finden einen Weg zu dealen mit Gary. Okay, eine Frage. Wie werden wir die Leute von uns bewegen? Es ist Amerika! Wir gehen in da mit Angriffen und Angriffen, bis wir bekommen, was wir wollen. Wenn alles fehlt, wir uns bewegen, die Kratzer von allen. Das ist, warum ich einen langen Backup bringe. Russell! Leicester hat ihre Leute! Für Peace! Cool! Dann ist es ein Plan! Oh mein Gott! Okay, das scheint... They're locked! Don't worry! Russell will get it! Grrrr! Rrrr! 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 Ich würde erstmal irgendwo gerne was trinken. Am vorderen Gebäudeeingang geht das zum Beispiel relativ gut. Das wäre doch mal ganz schön. Das ist schon lustig, wie sich jetzt hier alle prügeln. So, da haben wir hier einen Automaten. Da gehen wir jetzt mal schön hin. Auch machen wir mal Trinky Trinky. Rrrr! 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 Nochmal. Sehr schön. Und jetzt... Entschuldigung, wo kümmern wir uns? Um die erste! Haha, kommen wir zuerst um die Mädchen! Haben wir erstmal den Meld ein in die Fresse gesessen! Oh nein, das ist die Grease Gang! Gästeh! Was das hier spürt, Johnny? Warum bist du los von Gary Kameras te angeh? Gästeh, Jimmy! Du hast uns verlassen und alles ins Bettelital, kommst du runter! Ich bin zuerst, ich bin auf dem anderen! Rrrr! 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 Gästeh! Rrrr! 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 Zara, Zara Russell smash Russell smash Ja, äh Ist gut, Russell Russell übertreibt zu wenig Mach mal weiter Mach mal mit den Strebern weiter Oh nein, bitte nicht wieder so eine behinderte Streberaufgabe Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf Oh, ist die Joks Oh Gott So eine Frage finde ich auch geil Machst du gerade Let's Plays Nein, ich spiele das Spiel auch sonst so Nein, ja, tue ich Mein Gott So Russell smash So Was war's mit denen Ein paar hab ich jetzt schon Okay, wer fehlt da noch Die Die Grease Gang Alter, was ist denn hier los Nee, die Grease hatten wir Ach Gott Guck, was hier ist Wer hier ist Mein Gott, Lex Scheiß FPS Ansprüche Derby 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 So, jetzt kommen wir hier zu dir. Dem anderen wird Russell schon irgendwie fertig. Alter. Kann ich nochmal... Genau. Genau, genau, Russell. Drauf da. Drauf da, Russell. Genau. Ich bin in den letzten Anführer. Russell hat noch gut leben, das ist doch alles wunderbar. Wer fehlt denn jetzt noch? Der Streber. Der Streber fehlt noch. Wo haben wir denn den Streber? Der Streber ist es Nutsu. Ernest, du nerd. Was warst du? Du fool. Du hast nicht gesehen. Garry hat einen Plan. Great Plan. Du Idiot. Garrys Plan sind ein loader Kraft. Ich sollte es wissen. Du hast es nicht verstehen. Raids, seine Lachen, seine Lachen, nichts kann uns verletzen. Whatever. Ich werde mit beiden verletzen. Oh nein, der kommt neben. Tja, tja. Der absolut nix mehr entgegenzufinden. Oh, jetzt hat Russell aber gut Schaden erledigt. Woher? Hauptgebäude. Jetzt müssen wir nur den Rektor verprügeln. Auf geht's. Ey, wenn wir jetzt durch den Rektor verprügeln müssen, nur dann lache ich. Nein, aber glaube ich mal wohl eher nicht. Dass wir eine Respektsperson in so einem Spiel einfach mal verprügeln müssen. Aber naja. Wer weiß. Na gut. Gucken wir einfach mal, was am Haupteingang da auf uns wartet. Weil vor allem müssen wir Garry ja auch noch ein wenig. Ich würde sagen, wir bringen ihn einfach um. Mit Kartoffeln. Ja, um so lange mit Kartoffeln auf ihn ein, dass er stirbt. Auf geht's. Garry, wir werden dich töten. Ah, der nimmt mir extra alle Wappen ab. Slough down, so Russell kann dich schmacken. Ah, come on. Deine Wappen bitte. Jimmy ist komplett humaner Trash. Garry, you little bitch. Come out. James, ich habe warten. Let the games begin. Ich hab keine Waffen mehr, nämlich dann auch wahrscheinlich kein Skateboard und ich weiß nicht was, ich guck mal was ich noch habe. Und nicht vergessen, du hast alles meine dreckige Worte für mich, Hopkins. Du bist wie ein Puppet, nur dummer. Was auch immer, lasst uns das Schluss. Ja, ich hab absolut nichts mehr. Den nehm ich mal mit. Kann ich nicht. Scheiße. Ja, ich hab doch extra Wünsch. Ja, ich hab noch Spaß, Jimmy. Puh, kleiner Jimmy. All alone in big, scary Bowers. Under fire from Russell and his Goons, desperate for help. So sad, so hopeless. Just needing a friend, any friend. You are so easy to manipulate, Jimmy. Leute, das wird ein Fail. Irgendwie hab ich jetzt wieder ein paar FPS-Einbrüche. Ich bin fast tot, John. Das ist nicht gut. Ich bin fast tot, John. Das ist nicht gut. Ich bin fast tot, John. Ich bin fast tot, Ich bin fast tot. Und ich bin fast tot. Okay, okay.